Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Malen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Malt, malte, hat gemalt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich male. Du malst. Er malt. Wir malen. Ihr malt. Sie malen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich malte. Du maltest. Er malte. Wir malten. Ihr maltet. Sie malten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gemalt. Du hast gemalt. Er hat gemalt. Wir haben gemalt. Ihr habt gemalt. Sie haben gemalt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich male. Du malest. Er male. Wir malen. Ihr malet. Sie malen. Sie malen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich malte. Du maltest. Er malte. Wir malten. Ihr maltet. Sie malten. Den Schluss macht der Imperativ. Male du. Malen wir. Malt ihr. Malen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb malen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.